Klinge, dann laufen deine 90 Sekunden ab jetzt. Wer wurde letzte Saison Deutscher Meister? Bayern. Aus welchem Land kommt Usain Bolt? Jamaika. Wie viele Sekunden hat eine Minute? 60. Wann fällt dein Ball runter? Niemals. Wie heißt die Hauptstadt von Österreich? Wien. Für was steht die Abkürzung VW? Volkswagen. Wie heißt Pavaro mit Nachnamen? Herban. Wie heißt das Finale der NFL? Äh, hier, na, ich weiß es auch nicht. Warte, warte, warte. Das ist gerade richtig enttäuschend. Oh mein Gott. Superball. In welcher Filmreihe spielt Johnny Depp einen Piraten? Äh, Fluch der Karibik. Wie nennt man ein Mobiltelefon? Handy. In welcher Stadt kann man das Louvre besuchen? Paris. In welcher Stadt ist der Rote Platz? Äh, Frankfurt. Wie viele Teams spielen in der Bundesliga? 18. Aus welchem Land kommt Josh Kylavougui? Frankreich. Wer steuert ein Flugzeug? Ein Pilot. Zwei plus zwei sind? Vier. Wo wohnt der Weihnachtsmann? Wat? Wo wohnt der Weihnachtsmann? Am Nordbrun. Welche Farbe hat eine Tomate? Rot. Welche Farbe hat der Ball? Weiß, blau, grau, ein bisschen rot mit drin, alles drin. Wie heißt Hallo auf Englisch? Was? Was heißt Hallo auf Englisch? Hallo. Für welchen Superhelden steht die Fledermaus? Batman. Deine Zeit ist rum. Kommt und Werden. 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 Wo wohnt der vamos? Werden. Wo wohnt der命 att� New da sind. Jstairs廣al Kim. Vielen Dank.